Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster mit Timorathus. Telefon! Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Okay, so gut habe ich seit Jahren schon nicht mehr geschlafen. Waren da etwa Schlaftabletten in den Boden? Wieso? Weil sie so gut gepennt hat. Also, ah! Äh, mein Vater? Äh, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe keinen Traum gesehen. Ich weiß nicht, wir können ja mal dabei bleiben. Äh, das ist alles. Wo ist der Haken? Wo ist denn der Haken? Sehr einfach. Wo ist der Haken? Ah, da sind zwei Möglichkeiten, um zu der Circuit Breaker zu kommen. Durch die Garage's side door oder von dem Boden. Aber? Die Garage's side door ist stuck. Du musst durch die ganze Gebäude über den gesamten Gebäude und nach unten von deinem Boden. Wenn die Power rauskommt, dann wird es komplett in der Nacht. Okay, was muss ich machen? Wieso nimmt er sich das Recht raus, sie Süße zu nennen? Entschuldigung, aber das fand ich voll daneben gerade. Äh, okay, hier sollen wir uns erstmal umschauen, ja? Hab ich richtig verstanden, oder? Was, was, was? Achso. Äh, ne, das hatten wir ja schon. Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Da waren irgendwo Streichhölzer. Vielleicht die? Äh, weißt du... Spieluhr? Spieluhr? Spieluhr melden. Oh, look at that! I thought I lost you to that time that Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. The keys missing. Maybe better that way. Okay. Ja, die brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht alle nochmal angucken. Vor allem weiß ich nicht, äh, wie das mit der Zeit... ist wo hast du denn was was es kommt ja auch dunkler vor jetzt ja ja ist es auch wo hast du ein streichholzer da will sie aber nicht wir hatten doch irgendwo aber die taschenlampe hatte nichts die tasche ja ja vielleicht die polaroid wo ist sie dann einmal drehen wohin geradezu dann geradezu ach oh nee doch nein das Ich hatte genau so eine Ich frag mich, wem sie gehört hat Vielleicht ist es die gleiche Keine Ahnung, ich habe mich verletzt, auf der Hockbeck-Mountain Ich habe alle Tage, mit Leonard zu sagen, dass es nur ein Instrument verwendet, um die Bilder zu holen Er sagte, dass du die wirklich wichtigsten in der Mitte Ich kann nicht sagen, dass er falsch war Oh, ja Anyway, das Polaroid ist besser als nichts Das Licht aus der Flashe könnte kommen Das Licht aus der Flashe könnte sein Du willst mich doch verkohlen, ey Mal im Ernst Das ist doch nicht wahr So, wo muss ich denn jetzt hin? Warum holt sie sich nicht die Taschenlampe? Ich weiß es nicht Das ist doch total bescheuert Vor allem, das ist ja Grusel schon vorprogrammiert Ähm, ich muss runter, ne? Oder? Äh, weiß ich nicht, mach mal mit Oder? Zur Garage müssen wir, glaube ich Dass ich die Zwischendecke Oh, vom Personalbereich im ersten Stock Aus betreten muss Achso, der erste Stock ist hier oder nicht? Ja, ja, da müssen wir zum Personalbereich hier Wie komme ich denn von hier aus zum Personalbereich? Guck mal da oben Auf der anderen Seite, was steht da? Ne, hinter Ne, da sind nur Räume und Weiß ich nicht, wir gehen einfach mal Das ist wahnsinnig, Mädchen Wolfsbild, ey Ah, jetzt hat er Äh, das habe ich ganz vergessen Welches, was? The crawlspace I'd totally forgotten that Remember where to go? No But I do remember the panels were really hard to open I wasn't allowed to go in there What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box And switch it on Alright Doesn't sound like rocket science Hurry up, please Ich habe jetzt nicht ganz alles mitbekommen, ehrlich gesagt So, wo genau Oh Gott, ich habe da Schiss Wo genau müssen wir denn hin? Ne, wir kriegen auch Licht von außen Irgendwas mit dem kaputten Schloss, hat er erzählt Wo ist denn hier ein Abstellraum? Weiß ich nicht Jo, ja, geil Ich gehe da nicht hoch War ich hier denn nicht geradezu, der? Das hier? Da war doch die Taschenlamper Können wir die nicht nehmen jetzt? Ja Na also Was? Toll, die geht genau Was und wenn du öfters untereinander drückst? Kann man diese aufladen? Ne Ah, okay Wir haben eine Taschenlampe Gut Dreh Taschenlampe Im Moment Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich Ja, da steht jetzt natürlich nichts Neues Und guck doch mal auf die Karte Sieht man da nicht Was denn? Ich kann da nichts erkennen Man sieht doch nicht, wo wir sind, ne? Das ist glaube ich auch einfach nur um In die Aufgabe Rein zu schauen Ja, was ist jetzt besser? Die Taschenlampe? Oder Ich weiß nicht, wo ich hin muss Okay, wir gucken einfach mal Ich nehme die hier wieder Ich weiß auch nicht, was besser ist Beschützer Ja, bitte Okay Aber jetzt komme ich ja nach oben, oder nicht? Ne, dann ist das Schwachsinn Dann haben wir hier auch nichts verloren Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal Fotografierst die Wand Ähm, warte mal Bild Hm, dann können wir aber nichts anfangen Oder? Fällt dir hier irgendwas auf? Ne Einfach alle Räume mal abgehen Ja, ja Leider ist der Flur Verflucht dunkel Da geht's auch wieder nach oben, oder? Ja, das muss ein Stück Ich weiß es nicht Ja, ne, da geht's noch mal um die Ecke Dann macht das auch keinen Sinn Naja, so groß ist das hier ja nicht Irgendwo muss hier jetzt ja was sein Hast du das gehört? Mhm Alter, ich krieg bestimmt gleich den Schock meines Lebens, ey Ist das da unten? Ne, ne Ist das nach unten, ja Aber nach unten sollen wir doch gar nicht Wir sollen doch hier, oder? Ich weiß es nicht Ich weiß es auch nicht Hier ist auch halt überhaupt nichts, also What the fuck, ey Da, Tür Zwischen Hä? War das ich eben schon? Hab ich nicht gut geholfen Ich erinnere mich nicht daran, dass es so eng war Platzangst, keine Ahnung Okay Ich erinnere mich noch nicht Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay. Easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sort of. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah. Easy does it. Ich vermute das Kabel vor uns. Hier geht ja auch ein Kabel lang, aber wir müssen ja runter, oder? Das ist so ein Schaufensterkopf. Äh. Ah, okay. Das ist gruselig. Gitter. Schön, wie sie ihre Hände noch abputzt. Habe ich das richtig gemacht? Hä? Ist er wieder dicht? Wann hat sie das gemacht? Äh, Lippenstift. Okay, was auch immer ich damit soll. Äh, äh, ein Lippenstift hier? Hast du eine Erklärung dafür? Äh, ein Lippenstift hier? Hast du eine Erklärung dafür? Hm, warum sollte er eine Erklärung dafür haben? Was ist ein Lippstich? Strang, jemand sollte zehn Jahre lang wenden, ein Lippstich, um es zu nutzen, nicht wahr? Warum sagst du mir das, Nicole? Willst du da mit dem Generator schön sein? Schau die Scheiße, ein Lippstich hier ist völlig aus dem Platz. Nicole, es ist nur noch eine von diesen Dingen, die Kunden vergessen. Äh, ich... ...ja, du bist wahrscheinlich richtig. Das ist ja auch so der Ort, wo Gäste sich aufhalten, unbedingt. Was, 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 was ist da jetzt schon wieder? Mann, diese ganzen Geräusche!